Die Hebel sind Hebel. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Kamera mach. Was haben wir hier links? Wie kommt man da überhaupt hin? Das weiß ich auch noch nicht. Hier ist aktuell auch nichts. Äh, nö. Weil guck mal, hier ist nicht mal irgendwie eine Treppe oder so. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommen soll. Naja, werden wir noch irgendwann herausfinden. Mit dem Knochen, das ist auch noch so ein Rätsel. Und hier ist auch noch irgendwie so ein Fleck auf dem Boden. Hm. 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 Vielleicht. Vielleicht. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben hier nix. Dies ist die richtige Etage. Mary. Ah. Ich bin Mary. Wenn du auf der richtigen Etage bist, spucken wir dir Tipps. Äh. Ach, hier sind... Ah. Gucke mal. Die aus Büschen springen musst du mehrfach bezwingen. Die schönsten Füße im Land, doch in den Mauern nur Sand. Die... Okay. Also der eine Geist. Der andere ist der kleine. Der sagt, die Leute da mit den Gebüschen, die muss man mehrmals töten. Das heißt, wir rennen da jetzt erstmal ein paar Runden hin, um die zu töten. So. Aber der große Geist. Die schönsten Füße im Land, doch in den Mauern nur Sand. Das soll doch bestimmt heißen, vielleicht die Mauern, wo ich eben sagte, dass irgendeine Stelle in den Mauern gar keine Mauern sind, sondern nur Sand. Und... Dass man da vielleicht doch durchkommt. Okay, gehen wir nochmal zu der Mauer. Hier war nicht die Mauer. Achso, die müssen wir ja hier mehrmals töten. Warte mal. Weee. Let's stehen. Yeah, weee. Aha, ausgewichen. Yeah. So, das war's für diese Runde. Ich glaub, die müssen wir mehrmals töten, weil die halt... So, und hier ist irgendwas aus Sand. Ich hau hier einfach mal. Ah, warte mal. Hier? Ah! Ah! Hoho! Haha! Hehe! Yeah! Aber sonst haben wir hier aktuell gar nix, ne? Ja. Ja, nur einfach ein paar... Okay, alles klar. Okay, dann schlemmen wir wieder. Wuuu! So, jetzt töten wir die nochmal. Weil der kleine Geist gesagt hat, wir... Wir sollen die töten. Die aus dem Gebüsch springen. Und die springen ja aus dem Gebüsch. Ich glaub, das waren auch mehr jetzt, ne? Guck mal, das sind... Ha! Das war auf einmal! Ha! Doppelkill! Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd okay ich warte wenn sand wird ein grab das ist irgendwie so ein geister deutsch wir können ja auch noch hier durch die mine können wir auch noch gucken was hier noch so abgeht ganz vergessen hier ist eine bombe tut okay wir gehen mal in die mine hauen aber nicht auf die bombe wir schieben sie wenn dann müssen sie schieben warte mal wir schieben die hier hoch okay wir können die nicht schieben wir werfen so frische luft okay hier ist sonst nix dann gehen wir mal da hoch hier rein wo bin ich ach da unten bin ich sie vergiften das wasser lachen über meine klage und jetzt kann ich nicht mehr zurück jetzt haben wir hier die hebel was habe ich gemacht was habe ich gemacht ich weiß nicht was ich gemacht habe ich denke mal mit dem kran müssen wir diese giftigen fässer da rausholen gehe ich mal stark von aus endlich wieso ich habe gar nichts gemacht doch ich habe die dinger hier gemacht aber warte so jetzt hier noch irgendwas hier hat doch irgendwas von sand gelabert ich denke mal hier braucht man auch irgendwie die bombe oder so genauso wie das soll links so auffällig aber wie hat er das denn repariert hallo beschwerde gehen sie ins warte zimmer okay also dieses warte zimmer ich verklage diese fabrik warum wir sehen uns vor gericht das dauert aber ein paar jahre wir haben die gäste voll hallo ich weiß gar nicht was heute gelabert habe ich glaube einfach erst mal seine flossen ein schöner tag zum schwimmen können wir jetzt schwimmen erinnert mich irgendwie an am selder das erinnert mich ja irgendwie alles am selder ich hasse die gegend zu kriminell der traum ist ja zu okay jetzt können wir jetzt können wir schwimmen das heißt wir können jetzt überall hin die fässer dahin schieben jetzt können wir okay wir verlieren aber herzen okay jetzt kannst du dahin schwimmen was der typ anleuchtet ja das meine ich ja wir müssen hier erstmal alles zu ende schicken guck mal wir haben ja hier noch besser kann ich das fast da hoch schieben okay ich kann nicht allzu lange schwimmen das ding ist selbst wenn ich schwimme okay hier darf ich schwimmen ach ich darf da ja nur nicht schwimmen weil das da vergiftet ist hallo guck mal da rechts sind ja 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 so hier am fels ich weiß gar nicht ob das ob der fels gemeint ist oder der feld kann ich nicht ich kann hier nicht zu hauen ouch vorsicht vor den hauen was hat er gesagt vom also westlich von wo ich gehe mal erst mal nach links guck mal der hai muss mich nur einmal kriegen und die vier leben sind direkt weg okay ich kann noch mal schwimmen aber wir müssen aufpassen wir dürfen nicht direkt nach links und beim leuchtturm nicht direkt nach unten das heißt wir können hier nach unten und hier nach links nein dürfen wir nicht wie er hinterher kommt wir brauchen auf jeden fall ich muss gucken wo kein haus hallo hier darf ich auch nicht nach links vielleicht hier ach hier ja sowieso vielleicht hier noch mal nach links ich habe angst überall überall keine chance okay also das schwimmen bringt uns aktuell noch gar nix weil überall sind teil gehen wir mal ihre rechts weiter gucken und die mine sind wir ja auch noch nicht komplett durch ja 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 wir gehen das wartezimmer können wir uns dadurch boxen wenigstens ich dachte ich wäre hier allein ich warte schon zwei stunden los weiter weiter ich will mich nicht anstellen immer noch keine antwort auf meine e mail ich glaube die ich glaube das hier ist der weg nach autu oder das ist arbeitsabend weiß ich auch nicht was ich spreche so gern mit dem manager ja das war's das war's mit dieser runde okay wo können wir noch hin die mine können wir noch machen und ich glaube von hier aus nach rechts können wir hier rechts ich bedauere nur presse okay hier kommen wir also nicht hier kommen wir aktuell nicht weiter die müssen wir auch noch öfters töten bin ich ja noch gar nicht fertig wenn man noch gar keine belohnung bekommen dafür ja arbeitsabend schlange ja aber die beschweren sich als würden die irgendwie auto da verklagen wollen hier mit dem haus können wir nichts mehr machen das ist da drin wichtig oh jetzt sind die geister weg oder der eine zumindest habe ich die geister jetzt weggemacht ich hoffe nicht können wir hier noch irgendwas machen nehmen ja auf jeden fall alle geistern sind weg wir müssen die geister noch mal hier richtig machen was ist mit dem knochen wissen wir noch gar nicht was wir mit dem knochen machen müssen so wir sind geister falscher raum oder war das der nein das ist die richtige stage aber was mache ich mit den knochen klack jetzt mir okay ich glaube wir können hier aktuell nichts machen wir gehen mal wieder zurück gucken ob wir da irgendwie noch was machen können mit dem schwimmen oder so die zentakel kriege ich leider nicht weil wir im wasser nicht hauen können wir können da aber hoch sehe ich gerade aber erstmal das neue zu hause machen warte 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 ja guck mal für diesen hund vielleicht ein knochen müssen wir den knochen vielleicht mit hierher ne glaube ich nicht oder auf jeden fall können wir hier lang schwimmen vielleicht bringt uns das ja irgendwas ha ha guck mal hinterm wasserfall ist immer eine höhle baum warum hat der baum gemacht baum warum macht das baum okay sonst haben wir hier nix ne das wasser ist schön warm ja ja da ah hier guck mal schlangen wieder schon wieder schlangen warte mal schlangen sind freunde nein weg mit denen mit dir auch weg okay das ist der weg zur wüste auf jeden fall und hier nach unten hey hey hi haut haha ausgetrickst jetzt hat er mich ausgetrickst hunger plus hund gleich knochen würde sinn machen ausprobieren ja aber den knochen kriege ich ja ach ich klau auch ich glaube dass ist der ich glaube ich muß den knochen dahin bringen Überall diese Haie. Vor allem, warum ist der Typ wieder da? Da ist auch ein Hai. Okay, von wo aus westlich? Komm, bitte rede schnell. Dieser alte Opa, ne? Ja, das kennen wir alle schon. Ich will nur wissen, wo ich westlich schwimmen muss. Ja, komm, weiter. Hopp, hopp, hopp. Ja, und Hai aufpassen. Ja, ja. Komm schon. Ja, schaffen wir nicht mehr. Ich will eine Zeile weiterlesen nur. Die Zeile danach interessiert mich gar nicht mehr. Ich weiß ja, kleiner Fels, südlich. Aber von wo aus westlich? So, nochmal Hoppel nicht so viel Kevin Pokémon für Arme? Hä, wieso Pokémon? Ne, wenn dann Zelda für Arme Ich finde das hat eher was mit Zelda So zu tun Bei Pokémon gibt es keine Herzen Guck mal da oben, da sind Herzen, hallo Und ich habe hier ein Schwert Außerdem kostet das Spiel 10 Euro Also kannst du ja nicht arm sein So Schwimm lieber westlich Dann Also von hier aus westlich, oder wie? Okay, nochmal tot Okay, wir schwimmen jetzt mal vom Leuchtturm aus westlich Opa sagt westlich Guck mal, der Leuchtturm lächelt Äh, wie er lächelt Achso, du meinst Hier Von diesen Steinen jetzt südlich Oh, kein Hai Haha, ein Schatz Und ein Tentakel Schön Und ein Geist Bing Oh nein, wir kriegen den Geist Wir kriegen den Tentakel da nicht Achso, okay, alles klar Ich bin's wieder Ich genieße den Strand Hast du schon die Münze unterm Wasserfall gefunden? Ja, hab ich So, zwei Münzen noch Äh, Hai Okay, da wär kein Hai Das heißt, von dort aus können wir immer noch nach Westen schwimmen Von dort aus geht's auch noch nach Westen Okay, wir gehen mal weiter Gehen mal weiter nochmal So, von hier aus nach unten Nach unten So, nach längs Ah doch, hier ist doch ein Hai Äh, hier ist doch ein Hai Äh, hier ist doch ein Hai Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh Äh, äh